Also, wir sind jetzt schon in der Runde und ja, wir wollten eigentlich in dem Team spielen, beziehungsweise in zwei Zweierteams sozusagen, aber hat irgendwie nicht geklappt, deswegen sind jetzt gefühlt alle einzeln. Auch eine Variante, so geht es natürlich auch. Also, ja, wir spielen eine Runde Jump League auf Gomme und ich bin jetzt allein im Team. Chiroko hat mich einfach verlassen und er hat einfach keinen Bock auf mich. Was für dich hat mich verlassen? Du warst einfach nicht in meinem Team. Na klar, hättest du ja mal nachgucken können. Du warst schon immer alleine, mein Mate hat mich einfach verlassen. Haha. Wo ist denn hier? Hä, Junge, was soll das denn? Hier, jetzt Chiroko hat mich verlassen, ne? Andersrum. Ja, auf jeden Fall, da zieh ich die halt alleine, ne? Hem, hem, hem. Ja, komm, Tom, wir Team einfach. Unauffällig. Und dann gibt's erstmal ein Report von. Das höchste, was du kassieren kannst, ist in drei Tagen, Bam. Super. Wow, du weißt schon. Aber man... Auf und unter die Worte. Ach. So. Müssen wir halt alleine spielen, wenn Chiroko einfach gar keinen Bock auf uns hat. Da ziehen wir die alleine, das geht natürlich auch. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Gar nicht. So. So. Jetzt mal hier rüber. Ach. Ohm. 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 Noa, du Maschine. Wo bist du denn unten im Skoport? Bei allen Dingen, ich stand gerade eine Minute auf Karom. Oder was? Leute, Leute. Wenn er hier ganz unten ist. Leute, bevor ich gerade hier, also wo ich gerade eine Videoaufnahme geschaut habe, davor stand ich einmal eine Minute lang auf Karom. Und wieso bin ich nicht Letzter? Ich meine, ich bin Vierter. Ich bin selbst vor Noah. Was ist denn da schiebgegangen? Noah? Noah? Ja, ja, ja. Ich sag dir immer nix, wer im Scoreboard im Club sagt. Ich sag ja immer nix, wer auf der Top 3 steht. Ich sag ja immer nix, wer 5 oder so viele Spiele hat. Ich sag ja immer nix, wer 1. ist. Ja, du nicht. Ich hab nur geguckt, das ist Marco wieder. Ach, nö. Hat er versucht, uns aufzunehmen und hat es nicht geschafft. Ja, dann muss ich Marco... Hä, als ob er 1.500 Punkte gemacht hat. Ist doch easy. Ja gut, Noah, dann müssen wir das noch mal ein bisschen ändern, ne? Wir holen dich auf den zweiten Platz und mich auf den ersten und dann geht's los. Ja, so wird er sein. So, so, zwischendurch mal. Mann, was ist denn das hier? Ich verkacke gerade ab. Jetzt wird's geschafft hier. Einmal diesen und... Ich schaff diesen einen Sprung nicht. Genau da, wo du bist, den schaff ich auch nicht. Jetzt hab ich das geschafft. Ich bin in diesen komischen Steinturm, aber dort kommt so ein weiter Sprung und dort rutsche ich die ganze Zeit runter. Die Leiter ist nämlich richtig klitschig. Scheinbar hat's gestern geregnet oder so. Hat's auch, ja. Man kennt's. So, jetzt schaffen wir diesen Leiter-Sprung hier nochmal. Hey, der ist wirklich glitschig, ne? Hab ich ja gedacht. Aber gut, dass du wieder nicht auf mich hörst, ne? Da geht's gleich weiter. Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Hier geht's hoch. Wo ist denn diese Truhe? Hallo? Ah, da. Nein, Kopf-App. Nice. Oh, ein TNT. Der zündet sich sofort an, ne? Ja, ja. Aber guck dir mal an. Da ist schon fast wieder einer im Ziel. Juck, ne, den zählen wir ja. Immer wenn ich mit Tommy spiele, komme ich bis Modul 6. Wenn ich alleine spiele, bin ich mit Modul 9. Ja, klar, logisch. Jetzt kommen wir die Ausreden. Was für die Ausreden? Dass du schlecht bist. Oh, oh. Jetzt geht's los hier. Oh, jetzt hab ich ein zweites Mal Iron Boot, das ist doch nicht normal. Kannst du mir ja geben. Klar, Cross-Teaming is allowed, ne? Ja. Deswegen sind wir ja extrem, Team is allowed. Sind wir ja nicht. Wir sind ja nur mit den Teams allowed, die wir eingestellt haben. Und ich meine, es gibt so Leute hier, die haben mich einfach verlassen für einen anderen Paraden und der hat dann wieder verraten, was völlig verdient war. Schillig. Nicht wahr? Chiroku. Ich... Ich... Ich lag einfach an dir. Ja, jetzt schiebt das wieder auf mich, ne? Oder es lag an uns beiden, weil wir nicht geguckt haben, in welchem Team wir sind. Ja, ich hab auf dich vertraut und du hast mich hintergegangen. Daran liegt das. Okay. Jetzt geht's wieder los. Hey, was mach ich denn? Ich muss nochmal einfach hüpfen hier. Hüp und hüp und... Aber warum geht dieser eine Leiter sprung nicht? Ich versteh's nicht. Da fällst du einfach runter. Auf, wenn du an dem sneakst. Ist hier noch eine Truhe? Die ist weiter vorne. Komm ich dann nicht mehr hin, oder? Oh mein Gott, ich hab die Truhe noch und ich hab noch Eisen, dadurch dreiviertel Eisen. Ei, das sieht doch nicht gut aus. Dreiviertel Eisen hast du? Jo. Ja, mo. Und sag jetzt, Janne, du weißt jetzt, wen du ziehen musst. Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt, mit wem ich teamen will. Ah. Hab einen, okay. Oh, ich brauch einen. Nein. Das ist der Endgegner. Und er hat die Kills sogar noch abgestaubt. Ich lass Link mal in Ruhe. Oh mein Gott, drei Kills hab ich noch gemacht. Warte, ich hab einfach nur... Dregenhandel, mach nicht so. Come on, der da E3 wird leisten, man kennt's. Ich lauf einfach die ganze Zeit Tom hinterher, bis er stirbt. Jetzt ist Link da. Einmal Link geschlagen, ich zum Test, ob sie überhaupt da ist. Oha! Und da lauf ich weg. Mal gucken, wer denn hier kommt. Hinter dir kommt die Meute. Ach, das heißt, einfach mal durchrennen hier. Noah, ich brauch den Kill. Nee, geh weg. Oh. Ich hol mir Noahs Kill. Ich hab mal ein halbes Herz, Leute. Ich hab mal ein halbes Herz. Ihr seid Zeug, ihr Arsgeier. Ich bin rumgefallen. Tom, wir hätten die Runde safe gewonnen. Wir können die Runde dann noch safe gewinnen. Jetzt geht's erstmal ein Reporting Cross Team. Warte, warte. Jetzt geht's los. Ah, ich bin tot. Komm, warte, warte, warte. Wir gehen jetzt ganz unauffällig auf Team Rot. Auf ihn hier. Nee, da, das Noah. Komm, komm, komm. Auf ihn hier. Ich bin tot. Ganz unauffällig. Rein da. Das war Link, aber lass mal das. Spiel ich auch gut. Komm schon. Team Blau, holen wir dich. Ich hab den einen ausgelöscht von Team Blau. Ich hab auch den einen geholt noch. Ich bin auch. Ich war zerteamt. Tom, unser eigentlicher Plan. Wo bist du? Team Rot. Ich komme, ich komme. Wir werden die Hosen ausgezogen. Aber nicht gut. Hübsch, hübsch. Hilf mir, hilf mir. Ich komme. Ich werde geschlagen. Der Blaue schlägt mich auch noch. Wie viel Leben hast du mit O. Oh, das ist nicht gut. Noah, beruhig dich. Ich bin tot. Junge, ich bin tot. Das ist Link. Boah. Wenn wir irgendwo lagen, du musst hier eh mal rumrennen, eh mal eine Runde rum oder so. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin auf dieser Map. Mann, ich hatte einen mit so heftigen Stuff gekillt und konnte mir einfach nichts rausnehmen, weil die mich gleich attackiert haben. Wait, jetzt, ich sehe dich, ich sehe dich. Ich komme, ich komme. Warte, warte, ich habe drei Herzen. Bleib ruhig. Wir müssen auf unauffällig. Auf unauffällig. Ich werde gerade zum Team von Team Rot. Wo bist du? Nein, Mann. Hast du, wie low, wie low? Äh, ich bin tot, aber der, also, der, der, der mich gekillt hat, der hat eine 8,5, aber den anderen habe ich runtergekloppt. Also, Fabi, da, der ist niedrig. Ja, genau. Sehr gut. Perfekt. Sehr schlecht. Ei. Oha. Aber ich habe, glaube ich, fünf bis sechs Kills, glaube ich, gemacht. Sechs Kills. Link macht einfach gar nichts mehr. Jo, ich habe noch einen Helm. Was kann man sich sonst noch so mitnehmen? Essen. TNT. Ei. Es ist, es ist nur noch ein 1, weil es eins gegen Link. Oha. Ja, ich weiß. Eigentlich brauche ich ja nichts. Noah ist nun abwesend. Ist hier ein Raum, ist er zu, oder ist das ein Gang? echt jetzt link läuft ist das jetzt ihr ernst sie öffnet eine truhe und das war was link macht den usa im wald du hast einfach full iron ich weiß ich habe einfach nur fünf module absolviert diese runden die wir da gerannt sind aber ich fand trotzdem ein gutes spiel hat spaß gemacht naja war ganz nice hauptsache mal gewonnen gut aber ich würde sagen das war's mit dem video hat gut funktioniert das erste mal gewonnen schamplig ich glaube aber schöne und dann sehen wir uns im nächsten video wieder und bis dahin viel spaß und ciao